Ja Momon, herzlich willkommen hier auch in den Kanal abgeschafft. Wie du da bist, wir spielen heute meine Runde voll geil. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, los, 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 los. Da bin ich los. Nein, okay, gehen wir da durch. Ey, halt. Okay, dann geh ich da durch. Okay, stopp da. Okay. Ich bin letzter. Warte, warte. Nein. Mach mich auf. Nein. Ach komm. Hopp. Okay. Wie komme ich jetzt hier durch? Da, da kann ich durchgehen, ne? Nein. Oh, Mann. Hopp. Ja, ja. Ah, wir sind hier drüben. Aha. So, wo ist das Ziel? Da vorne. Nein, ich war rausgeschrieben. Aber wir waren zu langsam. Ach, Mist. Okay. Auf geht's. Oh, nein. Auf ein neues. Aber wir freuen uns trotzdem hier. Okay. Also das ist doch genau das gleiche wie eben. Wie eben. Ja. Haben wir eben genau gemacht. Wie haben wir genau nochmal gespielt hier. Da wollen wir hin. Okay. Das schaffen wir. So, wo sind wir? Hier. Wir sind motiviert, wir sind ready. Auf geht's. Und. Los geht's. Weck da, weck da, weck da. Lass mich durch. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Lass mich los hier. Oh. Okay. Wir haben es geschafft. Rüber. Dann spring ich da rüber. Haben wir auch geschafft. Rüber. Wir sind schon. Okay. Nein. Oh. Nein. Ah. Jetzt. Jetzt aber. Wir sind ich letzter. Wir sind ich letzter. Super. Lass mich los. Ach komm. Tür auf. Tür auf. Mach die Tür auf. Ey. Der Grüne ist schneller als wir. Ey. Was soll das? Ach komm. Da. Nein. Jetzt. Nein. Wir sind schon wieder ausgeschrieben. Ach man. Der Grüne hat uns hier aufgehalten. Ach manu. Na gut. Okay. Müssen wir noch ne Runde machen. Wir freuen uns trotzdem. Wir haben wieder 30 Punkte gekriegt. Jetzt wird es verklappen. Jetzt kommen wir ins Ziel. So. Wieder das Rennen. Okay. So gehts. Überwindet die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Okay. Hm. Die Strecke kenn ich nicht. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wo sind wir? Na. Los gehts. Lauf. 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 Ich bin nicht unterfallen. Geh auf. Aua. Ey Kümchen. Lass mich durch. Ja, ja, ja. Wir kommen ja gut durch. Und einen Eingang da. Und da, da, da. Ja, ich lasse mich doch... Na, Eingang machen wir auf hier. So, und Bälle. Da können wir... Das schaffen wir. Ja, kommen wir gut durch. Sie ist nicht gut durchgekommen. Okay. Was ist das hier? Boah, Alter. Lass mich mal losgehen. Ey. Nein. Ah. Nein, wir sind schon wieder ausgeschieden. Oh, das macht mich traurig. Oh, Mann. Okay. Gut. Machen wir noch eine Runde. Diesmal werden wir es aber schaffen. Okay. Was haben wir hier? Schon wieder das Rennen. Wir werden die Hinderze und rennen das Ziel. Ist das das gleiche Map wie eben? Hm. Könnte sein? Ne, das ist eine andere Map. Die kennen mich auch noch nicht. Okay. Das ist das Ziel. Da wollen wir hin. So, okay. Auf geht's. Das werden wir jetzt schaffen. Wir starten hinten. Na gut. Aber die letzten werden immer die ersten sein. Das machen wir noch nicht. So, auf geht's. Wir sind erst da. Hi, wir wollen da hin. Ähm, die Deutsche... Äh, hier, hier. Wir werden alles mal umgehauen. Züchten wir erstmal immer rüber hier. Lass mich los. Oh man, jetzt sind wir ganz hinten. Lassen wir uns... Nein, jetzt fallen wir runter. Nein, okay. Gut. Dann kriegen wir noch einen Kick hier. Dann kriegen wir noch einen Kick. Ah, okay. Der Hammer ist... So. Äh, hopp. Hopp. So, hoch da. So. Nein, aua. 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 Lass mich durch. Super, wir sind durch. 31 qualifiziert. Okay. Das werden wir schaffen. Jetzt kommt noch die Windmühle hier. Aua. Okay, das haben wir geschafft. 6 haben wir qualifiziert. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich glaube an uns. Okay, das haben wir auch geschafft. Okay. Ey, lass mich los. Hopp. Nein. 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 Hopp. Oh, nein. Oh, wir sind runtergefallen. Nein, nein. Okay. Ja, okay. Lass mich doch mal los hier, du. Was war das denn hier? Okay. 36. Lass mich los. Nein. Ach, die sind ausgeschieden. Oh. Weil wir runtergefallen sind. Ach, schade, 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 schade. Gut, liebe Freunde. Ich bedanke mich erst mal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt auch dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr euch das gerne habt. Abonniert den Kanal, aktivt den Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Ich würde mich mega freuen, mich mega noch schützt. Ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn das heißt, eine Runde Fallgeist. Dann bedanke ich mich erst mal und ich sage auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht abonniert, aber los jetzt. Ich habe gesehen, du warst noch nicht abonniert, aber los jetzt.